Hallo ihr Lieben, wir sind von dem Winterschlaf zurück. Unsere letzte Wanderung war genau vor fünf Monaten, wann wir 100 Kilometer geschafft haben und wir haben gedacht, wir starten dieses Jahr nochmal. Genau, einfach mal so eine kurze, lockere Tour. Wir haben keinen Plan, wissen nicht wie lang wir laufen und wohin, aber wir melden uns zwischendurch und genau und der Gabo hat wieder seine coole Jacke an. Er überrascht mich immer wieder mit solchen Sachen, aber auf jeden Fall, wenn es dunkel wird, dann werden wir sichtbar, auf jeden Fall. Also, wir melden uns, ciao, ciao. Hi, hi, also wir sind jetzt knapp zwei Stunden unterwegs, also reine Bewegung 1 Stunde 40 und knapp zehn Kilometer hinter uns. Das Wetter ist bombastisch gut, also Wahnsinn und wir haben keine Ahnung wo wir sind, aber wir laufen einfach weiter und melden uns später. Bis dann! Hallo, hallo, hallo. Also, wir sind jetzt gleich in Frankenhausen, ein bisschen Höhenmeter hinter uns. Ihr seht, dass der Gabo auch etwas langsamer geworden ist, aber das interessiert mich nicht, deswegen gehen wir einfach noch weiter und genau, sind wir wahrscheinlich hier durch, beziehungsweise Richtung Seeheim und dann wieder zurück nach Darmstadt und ich bin schon gespannt, wie viel Kilometer das am Ende wird. Bis gleich! Hallo, hallo, wir sind jetzt in Burg Frankenstein, kurz vor 19 Uhr und ja, sehr schön, viel Höhenmeter geschafft und geht's gleich weiter. Na ja, guck mal, was sollen wir gucken? Ach so, ja, sieht man gar nichts, das ist der Turm. Na ja, hallo, tschüss dann. So, wir sind angekommen, 6 Stunden Bewegung, wir haben 34,4 Kilometer geschafft mit 650 Höhenmeter und ohne Pause, also 6 Stunden lang wirklich buchstäblich gegangen und ja, ich glaube für den Start war das super für das Jahr. Wir wissen noch nicht, wie viele Wanderungen wir dieses Jahr machen werden oder können, aber ja, falls wir was machen, dann melden wir uns so wie das letzte Jahr. Also, bis dann! Tschüss! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.